Junkie. Ich bin zwölf Uhr. Ich kenne noch meine Uhrzeit. Seid ihr alle zurückgeblieben heute? Ist alles zurückgeblieben? Hi. Hallo. Wie geht's? Gut bei dir? Auch gut, vielen Dank. Was machst du? Nichts Besonderes. Bisschen leicht zuhause jetzt. Und du? Bist du raus mit Hund oder? Ja, mit Hund. Gleich gehen wir in die Ecke mit Hund. Schön. Und so? Ja, mir geht's gut. Erzähl mal mehr. Wie alt bist du? Was machst du? Wie oft gibst du am Tag? Hast du einen Boyfriend? Oder bist du helal? Bist du haram? Was ist deine Lieblingsstellung? Nein, habe ich nicht. Ich bin zwanzig Jahre alt. Und du? Ich bin neunzehn. Aber warum so eine hübsche Frau wie du, Single? Besser. Warum? Ja, aber... Ich weiß schon was besser. Bitte? Aber in deiner Weichmaschine brauchst du ja auch mal Wäsche werfen. Das geht ja nicht ewig so gut, weißt du? Du kannst ja die Weichmaschine nicht alleine lassen. Eine Wäsche muss gewascht werden. Weißt du, was ich meine? Was sagst du? Kommt, kommt später. Ja, bist du eher so, wo du sagst, ich mach nur jetzt Chakachiku oder bist du mit Liebe? Keine. Beide nicht. Wo wohnst du in Deutschland? Berlin. Und du? Ich bin auch in Berlin gleich. Hast du Lust auch einen Kaffee trinken? Ich trinke keinen Kaffee. Tut mir leid. Ja, dann Wodka? Auch nicht. Auch nicht. Ah, okay. Hast du einen Sohn? Ich habe einen Sohn, ja. Wie alt ist? Mein Sohn ist vier. Schön. Dann du bist neunzehn und dein Sohn vier? Ja. Stark. Mein türkischer Ausweis immer die Jahre jünger geben wegen deutscher Passo, weißt du? Ja, stimmt. Eigentlich bin ich 50 Jahre alt. Aber ich habe mich damals als 19 ausgegeben, damit ich in Deutschland kommen kann. Dann bist du neunzehn gerade, ja? Ich bin jetzt neunzehn, ja. Im deutschen Passt steht neunzehn, ja. Man muss schau sein, einfach. Mein echter Name im deutschen Passt heißt Tomert Bernd, alias Sikici der Facki. Was so langsam bist du eigentlich? Ich bin deutsch, du? Ich komme aus Polen. Ah, okay. Hast du mal Lust auf ein Polnowicz? Metz? Nein, Polnowicz heißt auf Polnisch Kurwa Sikischowicz. Sikisch. Auf Polnisch. So soll man eine weiße Baby machen, ne? Nein, nein. Ich will in Marokan bleiben. Aber es hat bisher gefunkt. Es hat auf jeden Fall ein bisschen gefunkt. Nein, es hat schon gefunkt. Ich habe schon diese Elektrik gesperrt. Es hat gefunkt. Soll ich das jetzt mal liken, dann geht es weiter. Der Hund ist hier. Heute mit Schelf und Joker. Wir gehen in Friedhof. Ich habe den Joki. the Finanen. So, ich habe den Joki. Ich habe die Facki keinen. Alles klar? Alles klar. Oh, Schokis machen Sport. Alles fit? Schokis immer pumpen hier. Mit Guelho? Bruder, diese Frau bringt mir nur Schwierigkeiten. Wo ist denn die? Die nimmt nicht mal an, der hat keinen Bock mehr auf mich. Guelho, wenn ich tausend Zuschauer bin, brauche ich das nicht so tun. Ist Guelho wieder draußen, ich glaube, die ist weg, offline. Ah, die ist off, okay. Sonst wäre ich echt nahrrad gewesen. Ja, Nabel ist ein guter Bruder, aber er hat mich halt gestern echt wirklich psychisch, okay, ich verstehe ihn auch. Der hat Karten besorgt, das hat er besorgt. Aber ich sage mal so, Bruder, Engelgesicht, sein Wort hat recht. Engelgesicht sagt immer die Wahrheit. Aber auch ein Engel muss manchmal auch irgendwie unter Kontrolle leben. Verstehst du, ich kann auch nicht immer perfekt sein. Okay, gut, ich schaue perfekt aus, ich habe einiges gereicht, aber ich meine auch nicht immer perfekt. Deswegen, sowas geht nicht. Meinung zu Tschetschenen und Tschetschenen, muss ich ja wohl sagen. Ich habe keinen Bock, dass mein Kopf in all der Kultur landet. Muss ich ja über gute Tschetschenen über gutes Wort sagen, oder? Sonst gleich Schutzweste, oder? Was glaubt ihr, hat Ikli dieses Haar durchgelöchert wie ein Golfplatz? Blau ist, nein. Was meint ihr? Was meint ihr? Wir machen Abstimmung. Rot ist, Ikli hat Zara durchgelöchert wie ein Golfplatz. Blau ist, nein. Wir machen Abstimmung. Nein, Manuel hat kein Bayern-Verbot mehr. Er kann ganz normal in Bayern kommen, auch ein FC Bayern-Spiel anschauen. Aber sollte in Zukunft wieder frech werden, dann hat er nicht nur FC Bayern-Verbot, dann hat er auch FC Bayern-Spiel-Verbot. Sagt er ganz ehrlich, wie es ist. Jetzt kann er ganz normal in Bayern kommen, auch sein Currywurst essen, alles Mögliche. Aber beim nächsten, wirklich hat der FC Bayern und Bayern-Verbot. Aber bis jetzt ist okay, alles ist geledigt. Hey, Guelo. Ja, ja, wir sind nicht so. Wir müssen auch Leute Chancen geben, wir sind doch keine Tiere. Jetzt bin ich gnädig, aber beim nächsten Mal, glaub mir, bin ich nicht so gnädig. Wann übernimmst du NRW? Bruder, NRW dauert noch. Ich habe Treppe genommen bei Köln. In Düsseldorf habe ich mittlerweile auch ein bisschen was zum Sagen. Da habe ich auch diese Pennerpark-Place erobert. Aber es soll einfach in Bayern. NRW dauert noch. Aber ich verspreche, mein Wort wird auch in NRW Übergewicht haben. Kein Federgewicht, Übergewicht. Sagt er, wie es ist. Aber dauert, alles mit Zeit. Ich habe Bienenallergie, Alter. Engel ist nie gestorben, keine Angst vor Tod, aber von einer kleinen Biene habe ich jetzt Angst. Warum? Weil ich Bienenallergie habe. Es geht nur noch in mein Getränk auch schön rein. Hoffentlich gehst du rein, du kommst eh da nicht mehr raus. Oh, die Biene hat Manuel Sennhaben geschickt. Ihr wolltet mir eine Falle stellen. Sag ich doch, jetzt ist sie da reingefallen. Die ist so dumm. Das Problem ist, wenn du so alkoholische Getränke hast, die Bienen kommen und da fallen die rein. Schau, es dauert keine Minute, dass da reinfällt. Werd mal. Wenn mir was passiert ist, den mir 500 binnen auf einmal haben, oder 5000. Hallo mein Liebling Tiktoker. Ne yaptın yavrum, sabaha kadar s**tun, duşunu aldın mı? Evet. İyi s**t, iyi verdirdin mi bellinden amına kutu? S**t iyi verdirdim. O Rus bu çocuğu, s**t du git, o Rus bunun çocuğu. S**t her, masini. S**t her, o. S**t her, o Rus bu çocuğu. 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 S**t her, o Rus b elle, bu idici, b kız xK... Öyle mi hijo bi expresio. Ja, ich habe gerade, ja. Baby, komm. Baby, lass uns verliebt sich reden miteinander, Wallah. Ja, okay, Baby, wie geht's? Alles klar. Ey, warte mal, warum bist du so ein Lügner? Warum? Du sagst zu uns, du kommst am Wochenende nach NRW. Warum bist du nicht gekommen? Du, ich bin auch kein Jesus, gell? Du, ich bin auch kein Subhanallah-Pegam, Marianne. Man macht Fehler, du, ich war Privatleben. Ich bin auch nicht der Jüngste. Verstehst du? Und du hast mich an dem Tag auch aufgeregt. Man sieht von dir von 40 Metern, dass du gestern Sikisch gehabt hast. Ich schwöre dir. Wallah, ich hasse gestern kein Sikisch. Wallah, nein. Sikisch, ja, ladun, ne? Wallah, nein. Wallah, nein, dein Tunnel. Was? Wallah, nein, dein Tunnel. Gar nichts. Ja, wenn, Bruder, wenn ich das zeige, bist du gesperrt. Nervtung, aber was hast du gemacht? Nix, Bruder, ich war unterwegs mit Casanova. Ich hab die ganze Zeit doch aufgenommen. Trinkst du da wieder Alkohol? Jo, ladun, ladun, schaffst. Hier, Lemon, schau. Lemon. Gut, gut. Prost. Wo bist du? Ich bin mit dem Hund spaziert. Ah, krass. Engel, warum bist du so ruhig geworden? Wegen was? Also, du, keine Ahnung. Ich spare meine Kraft heute in 12 Uhr. Gestern war ich wieder krass. Nein, du warst nicht. Heute haben wir einen großen Met mit Joker. Wir schlafen im Friedhof mit laufender Kamera. Weißt du, ich muss meine Kraft sparen. Und Joker, wer ist denn, der schickt mir die ganze Zeit Anfrage? Joker, sie sind eben. Ja, sie sind eben auch, muss noch gut werden. Guello ist, äh, Guello ist keine Frau, Leute. Guello ist für mich wie eine Schwester mit Landebahn. Es ist so, wenn ein Flieger in den Ding reinfährt, in München, im Flughafen, ist Guello auch so. Es ist eine Landebahnfrau mit Ehre und Stolz. Ein Döner umsonst, wenn du Guello kriegst. Weißt du, bei Dönerläden musst du eine Frau Guello haben. Sei mal ehrlich, sei mal ehrlich. Sei mal ehrlich, was hast du heute gegessen? Wallah, ich habe heute tatsächlich nur wirklich Pizza gegessen. Warum? Weil ich auf Diät bin, weil ich auf meinen Körper achte. Hast du nicht gestern gesehen, meine Zickpack? Hast du nicht gestern meine Zickpack gesehen? Nein, ich habe schon eine Bisschen, die mir nicht zu machen. Nein. Du musst zu nehmen. Warum? Wallah, du musst zu nehmen. Bruder, alles geht bei mir. Mein ganzes Gewicht ist bei meinem Yarak. Davon habe ich aber nichts gesehen, weißt du? Das ist eine Menge zu nützlich. Normal, wenn du untenrum fischst, ist es normal, dass der Willi tot ist. Ich muss sagen, ich mag den Todes, ich liebe den. Ja, Bruder, schau mal, ich sage dir ganz ehrlich, normal, ich bin dumm. Eigentlich muss ich pro, wer meinen Körper mit einem berühmten Tick-Tocker schlafen will, 20.000 Euro verlangen. Normal bin ich dumm. Wirklich, ich bin dumm. Stroh-Dumm. Willst du von mir 20.000 Euro jetzt? Ja, von dir nicht, aber ab jetzt ohne Scheiß. Bei jedem Zick, ich nehme von jedem 20.000 Euro. Welche Frau hat 20.000 Euro, die für Sie geschrieben hat? Für mich, Alter, ich bin auch Engel. Vielleicht die Sarah mal, was Eglis durchgelöchert hat wie ein Golfplatz. Wen soll ich fragen? Sarah, Sarah, Eglis Freundin. Wie würde er geben? Sarah, Eglis Freundesumme. Sack, es sind mir. Am�, ich habe einen Runde drauf geschaut. Am�, ich habe einen Runde draufgeschaut. Das ist mir. Ich habe einen Video gemacht. Alright, ich habe ihn zum, mein Runde draufgeschaut. Ich habe einen Runde draufgeschaut. Das ist jetzt echt so ein Spaß. Valla, valla, billah, siktü lan. Video war, jemim billah, siktü. Leute, wir machen ab, schluss, Leute, Sölf, bo, video von Sarah Post, da nicht. Ruh des, ja. Amma, waschen, bela, girelim, lan. Ben, ja, pulst, doch, von Fekke, dann. Ey, aber du, da, Baslan. Benim, ich, Allah'ım, söyledim, gördün mü, böyle, şeyde? Stimmt, der sagt doch die ganze Zeit, ich hab eine Freundin, die ist jung und so. Valla, bo, asmış, vallok, elde bin, rei, will misch, zik, misch. Deme, lan, ok, siktü yoksa nie onla, video, japsın. Jo, valla, ne, ikon, sana. Nein, video, TikTok-Video. Ja, düem, ya. Ey. Nicht 50, valla, 50.000. Hat eklig, schüren, der. Ey, 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 walla, ina, nabem schon, ha? Ja. Oder wenn ich dir was sage, dann mein Wort hat Übergewicht, kein Vätergewicht. Krass. Also, also, das ist die Freundin von ihm, ne? Von ikonu. Ja, lan, ja. Valla. Valla. Valla, 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 valla. vách. Nalayla. wievvv anywaysc jink'da doch land eene, Windyah, valla, valla kinde o. ich was ist erzüri ah amana kudum garra sabah kadar mit peru chika chuku heute du nix me kome ne manast riem du nix meyer das oberteil von tupac das hat wirklich damals wirklich tupac selber gewaschen für mich ohne witz